Okay, willkommen zurück zu einer weiteren Folge H2-1-4. Wir sind immer noch dabei. Warum ist es jetzt eigentlich zu unserem Nachteil? Überlegner Gegner, ja ist klar. Dann dürft ihr euch doch mal ausbilden, wenn ihr da so Bock drauf habt. Ich meine, ja die haben Panzer, aber sonst sind die doch nicht überlegen. Ich meine, ich habe jetzt eigentlich schon Panzerabwehrkanonen auch reingepackt. Und es fehlt jetzt schon wieder Wolfram. Ähm... Äh... So... Gut, wieder etwas fertig. 43 Tage arm. Die Panzer 3 werden was wichtiges sein. Ich glaube, da forsche ich jetzt schon. Wir kommen im Reich. So. Gut. Äh... Die hier. Friedrich Paulus würde ich gerne befördern. So. Und dann würde ich gerne... Die hier. So. Und zufügen. So. Und... Was brauche ich jetzt? Gezogene Packs... Und Panzer. Die Jagdpanzer. Und... Äh... Panzer. Okay. Gezogene Artillerie kann ich dann, glaube ich mal... Entfernen. Oder auch nicht. Ähm... Gezogene Art... Artillerie kann... Einmal zwei. Das war jetzt ziemlich schlecht. Ressourcen. Was fehlt uns Wolfram? Was denn sonst? Als nationalen Fokus... Hätte... Ich... Slowenien... Äh... Das war das Sudetland. Der Plan. Okay. Ein Plan kann ich ja... Eigentlich schon ändern. Ich möchte da schon einmal das hier haben. Und dann... Noch ein Pfeil. Ne. Und zwar hätte ich dann gerne... den Pfeil... die hier... und... die hier... dem... zugeordnet. Und damit... würde ich dann schon gerne... den Pfeil... ändern... und dann... und zwar auf... das hier... und zwar auf... der Pfeil... dem... der Pfeil... der Pfeil... der Pfeil... der Pfeil... okay machen jetzt erst mal ganz schön eine linie hier oder besser gesagt wir machen eine linie hier eine eine hier und eine hier die hier würde ich gerne der hier zuordnen. Und die hier würde ich gerne der hier zuordnen. Äh, ja. Okay. Wir können eigentlich schon längst wieder hier was machen. Äh, Raffinerie... Industrie... Elektronik... Hm, Luftlandung wäre sicher was tolles. Nehmen wir mal Panzer. Ja. Definitiv sieht das... eigentlich schon gut aus. Äh... So dichtem Land dauert es noch. Ja, okay. Wir kämpfen hart. Neunzehn... Wir haben da viel zu wenig Divisionen. Das ist echt... Ganz ehrlich... Da gehören doch noch ein paar Divisionen hinzu. Und gerade hier... können auch noch zwei hinzu... Ähm... Als ob Luxemburg so ein großes Problem wäre. Widerstand... Ressourcen... Diplomatie... Bündnis... Äh... Nö... Regierung. Wir können nochmal ändern. Ähm... Nehmen wir mal das. Denn wir brauchen... Wir müssen auf jeden Fall... die Schiffe der Briten zerstören. Die Schiffe... 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 Wir erobern eh wieder was zurück, das passt doch. Gut. Jetzt aber ganz wichtig. Wir könnten ein Bündnis... Und das heißt, Frankreich ist nun in den Alliierten drin. Na gut. Dann sollten die hier doch auch mal einen Plan bekommen. Und... What? Angriffslinie. Top-File-Soll. Irgendwie geht das doch, oder? Okay. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Okay. Nein. Ich möchte... Ach Gott. Nee. So. Funktioniert das jetzt? Die hier gehören dazu. Und deswegen gehört das hier auch woanders hin. Wieso geht das nicht? Ich möchte den Trick da oben hin verschieben. Und vor allem, warum sind da keine Divisionen zugeordnet? Sollte es jetzt... ...funktionieren... Warte, was? Warte, warte, warte. Warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Kann ich Kann ich vielleicht das irgendwie nach Norden verlegen Ganz ehrlich Was ist das mit dem? Was soll da bleiben? Gott verdammt Scheißdreck Ich bring das nicht hin Ich weiß nicht wieso Aber ich schaffe es irgendwie nicht Eigentlich fand ich das ein ziemlich tolles Feature Jetzt schaffe ich das irgendwie nicht Also Muss ich das irgendwie eine andere Frontlinie zuweisen? Not tolles WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Na gut Schnell abkommen Toll So Gut Hier haben wir jetzt wieder ein paar Was fehlt uns denn so? Jagdpanzer und Panzer Gut Gehen wir beim Panzer So 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 Äh Ja Das wäre fertig gefurscht Toll So 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 Gut Zweite U-Boot Flotte Und das ist dann die erste U-Boot-Flotte Flotte 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 So So Gut Dann glaube ich Passt das jetzt Äh Keine Division sind in der Grundausbildung Dann können wir uns doch ein paar falsche Jäger bauen Die wir Erstmal Da In Schleswig-Holstein Starten Äh Transporter Gut Aber ich glaube damit kann ich dann auch diese Folge beenden Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Tschüss